Hallo Leute und Willkommen zurück zu Emilys Hopes and Fears. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge das Kapitel durchbekommen, deshalb starten wir direkt mit Level 49. Erhalte 1200 an Trinkgeld, okay. So, Eiscappuccino haben wir jetzt und eine schöne Kachelbase und eine Iris. Und was sagt der Laden, haben wir schon alles gekauft, ne? Wir haben schon alles gekauft, ach wie cool. François, sieh mal. Es klappt, François. Soll deine Mutter Paige herbringen? Noch nicht, retten wir zuerst so viele wie wir können. Hier soll alles erstrahlen, wenn wir sie herbringen. Oh, ist das süß? Ist das süß? So, 1200 an Trinkgeld, ich weiß nicht, ob das viel ist. Oh, hab ich schon Karl gehört? Ja, ich hab ihn auch schon gesehen. Wow, Karl, da warst du jetzt aber flott unterwegs. So, ihr bekommt den Kaktus, dann den Eiscappuccino und einmal die kleine Schaufel. So, dann ernten wir die hier direkt mal ab und pflanzen die auch sofort wieder ein. Das bedeutet, ich muss jetzt ein bisschen schneller sein, ne? Damit die Leute mir auch immer schön viel Trinkgeld geben. So, soll ich den schon hier kassieren? Ich glaub ja, ne? Müsste, hätte ich jetzt auch noch kurz warten können, aber gut. So, beim Juppie auf jeden Fall kassieren. So, dann können wir das hier nochmal eben fix ernten. Da von vier, da von fünf. Okay, dann pflanzen wir direkt nochmal ein paar neue an. So, du bekommst das hier und den Fahnen. Mist, hätte ich andersrum machen sollen. Ich hoffe, so lange hat er trotzdem noch Zeit. Was haben wir freigeschaltet? Euch, der. Oh, schön. Sieht voll schön aus. Gut, so, die hier mal eben ernten. Da kommen dann schon die nächsten Senioren. Ihr möchtet ein, zwei, drei davon. Dann die Schaufel, dann die Sonnenlunge. Bitte schön. Ich hoffe, das war jetzt noch schnell genug, aber ich glaube, die Senioren, die geben ja auch generell recht viel Trinkgeld, oder? Ein, zwei, drei davon. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. So, Edward, warst du jetzt schon hier? Hab ich dich gerade schon hingeschickt? Ich glaube ja. Aber gut. 2400 Punkte insgesamt. Ich hoffe wirklich, dass wir das jetzt hinbekommen. Und auch das nächste Level, dass ich hier nichts mehr nachholen muss. Und wir das echt in dieser Folge hinbekommen, das Kapitel abzuschließen, soll ich schon? Ach, komm, ich kann es hier schon. Wird schon irgendwie passen. So, dann machen wir das so und so. Dann haben wir nämlich hier zwei Senioren. Genau. Hier wird abgeräumt. Das dürfen wir nicht vergessen. Edward schicken wir hier hin. Da wird auch abgeräumt. Die Seniorin kann jetzt auch noch einen Moment warten, hoffe ich. Ihr bekommt den Strauß mit allem. So, bitte schön. Und dann einmal die Sonnenblume und die Vase für dich. Dann müssen wir uns da jetzt ein bisschen beeilen. Nein. Kein Herz verlieren. Kein Herz verlieren, meine Liebe. So, 1000 Punkte haben wir knapp. Dann ist das für dich. Und dann, was kann ich machen? Ich kann die Sonnenblume mal eben kurz abpflücken. So, fast die Hälfte. Ja, das sollte passen. Also mit dem Trinkgeld, denke ich, wird das nicht so das Problem sein. Das sollten wir dann doch schon hinbekommen. So, Edward, geh schon mal bitte hier hin. Ähm, ich kann das anpflanzen, ne? Können wir einfach mal machen. So, dann können wir auch direkt schon mal ernten. Ihr bekommt, wow. Was für eine krasse Bestellung. Ihr bekommt einmal das, das und das. Und den Kaktus dazu. Bitte schön. So, ganze Bestellung. Und was möchte die nette Seniorin? Die möchte einmal fahren und den Eisteen. So, und dann warten wir noch auf das Mädel. Was möchtest du? Beeil dich. So, du möchtest einmal das hier. Und den Eiscappuccino, genau. So, ja. Hier haben wir schon über die Hälfte. Ach, super. Dann müssen wir echt nur noch die Punktzahlung bekommen. Dann kommt das und das dazu. Dann kassieren wir direkt. Ach Mist, hat er jetzt, hat er nicht mal dazu gezählt. Ach, Manu, blöd. Blöd, blöd. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. So, Seniorin, entscheide dich dafür. Und für den Eiscappuccino. So, dann wartest du noch einen Moment. Edward geht hier hin. Eins, zwei, drei davon. Und noch eine schöne Sonnenblume. So, hätten wir das auch erledigt. Ihr bekommt dann einmal die Blumengerde. Dann einmal das hier ohne die Schleifen. Und eins, zwei, drei davon. Bisschen Gas geben. Pflücken wir die hier ab. Und dann säen wir die hier auch direkt wieder aus. So, du bekommst dann die hier. Und einmal die Kachelvase. Bitte schön. Edward geht hier hin. Wollen wir schon? Ja, wir kassieren schon. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Davon fünf, davon vier. Ihr bekommt einmal die Schaufelgummistiefel. Und einmal das Blumenarrangement. So, dann füllen wir hier nochmal eben kurz wieder auf. Und hier auch nochmal. Da müssten wir rein theoretisch schon kassieren. Ich weiß, die Seniorin entscheidet sich jetzt gleich, aber trotzdem. Das ist mir beim Juppie dann doch ein bisschen wichtiger. Wir brauchen noch ganz schön viele Punkte. Wäre schön, wenn wir das noch schaffen. Du bekommst das. Eins, zwei, drei davon. So, dann wird hier kassiert. Edward, du gehst schon mal bitte dahin. Ja, ich hätte jetzt auch noch kurz warten können. Aber komm, passt schon. Das ist schon in Ordnung. Stern Nummer eins haben wir dann gleich. Und dann brauchen wir noch 400. Oh Gott, 400 Punkte. Wenn ich mich jetzt hier so blöd verklicke. Eins, zwei, drei. Davon. So, dann bekommst du das und das. Dann wartest du auch noch einen Moment. Ach, ich hätte ein bisschen warten sollen. Und dann mit ihm eine Kombo beim Kassieren. Aber komm, jetzt ist es eh zu spät. Ach, eine Kombo beim Servieren, nicht beim Kassieren. So, einen Stern haben wir. Das ist wunderbar. Aber trotzdem hätte ich gerne ein bisschen mehr. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Und wir haben das auch noch nicht geschafft. Ne, zwei Schaufeln für dich. Das sollte jetzt machbar sein. Wir haben es aber immer noch nicht. Aber wir schaffen es. Wir schaffen es, Leute. Außer, also ich weiß jetzt nicht, wie das hier... Aber jetzt kommen noch die beiden. Also das müssen wir doch jetzt schon noch hinbekommen. Ne, das hier und das hier. Dann kassieren wir auf jeden Fall schon mal. Jo, das haben wir geschafft. Und die drei Sterne haben wir auch. Oh, fantastisch. Wunderbar. Schön. Sieht fast so aus, als hätte sich Patrick persönlich um sie gekümmert. Das macht jede Menge Arbeit. Das hätte ich nie gedacht. Diese Blumen machen Paige so glücklich. Ist es denn so abwegig, dass Blumenheilkräfte besitzen? Wahrscheinlich nicht. Soll ich Paige aufwecken? Nein, lass dich schlafen. Okay. Aber warum denn? Warum denn? Einfach so, damit sie ihren Schlaf noch genießt. Bediene den VIP-Kunden zuerst. VIP-Kunden sind jetzt... Sind jetzt die Yuppies oder... Ach ne, die werden dann... Alles klar, die werden dann wahrscheinlich extra nochmal angezeigt, ne? Dass es die VIP-Kunden sind. Aber gut. So, Gummistiefel und das hier für dich. 2150 Punkte. Ist jetzt natürlich schon eine Hausnummer, ne? Bei einer Prüfung. Aber gut. So, da kommen sie. Da kommen sie. Alles klar. Bedeutet, bedeutet, ich muss die jetzt auf jeden Fall zuerst bedienen. Das heißt aber, ich kann rein theoretisch das schon mal fertig machen, ne? Ihr bekommt dann das komplette Blumenarrangement und das hier. So und so. Es wird auch leider gar nicht angezeigt, wie oft die kommen. Schade. Schade, schade. Aber wir werden es sehen. So, Stiefel und einmal den Eistee für euch. Und dann, was können wir da machen? Wir können die hier direkt nochmal aussäen. Ach, es kann natürlich auch sein, dass die VIP-Kunden jetzt einfach öfter bestellen, ne? Dass die sitzen bleiben. Das könnte ich mir auch vorstellen. Die bleiben sitzen. Oder auch nicht. Okay. So, auf jeden Fall wird hier abkassiert. Da wird aufgeräumt. So, dann wird hier aufgeräumt. Dann machen wir das einmal so. Das komplette. Und dann einmal nur das blaue. Bitte schön. So, da wird auch abgeräumt. So, es kommen wieder VIP-Kunden. Das bedeutet, ich muss die jetzt eher bedienen als die beiden, ne? So, ihr bekommt einmal das hier und das komplette. Das berühmte Arrangement. Dann haben wir das schon mal. So, ihr bekommt das und die Vase. Bitte schön. Dann machen wir das so. Und so. Und Edward, warst du hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann bekommst du einmal das hier und den Eiscappuccino dazu. 516 Punkte haben wir. Okay. So, davon 5. Das ist soweit in Ordnung. Da haben wir auch noch 5. Das ist auch okay. Gut, gut. So, Mädel. Entscheide dich. Was möchtest du? Da kommt der nächste Nette her. Ich möchte es einmal. Das blaue Arrangement. So, dann kassieren wir hier schon mal. Oh, es kommen direkt noch mehr VIPs. Alles klar. Damit abgeräumt. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier beim Kassieren ist. Ich mache es jetzt einfach mal so. Dann eine Orchidee und einmal die Stiefel. Bitte schön. Dann machen wir das so und so. Oh, die haben schon fast ein Herz verloren. So, hier kassieren wir. Und wir haben noch nicht die Hälfte der Punkte. Schade. Ein, zwei, drei davon. Und einmal das hier für dich. Edward, warst du hier? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. So, die hier können wir noch mal eben kurz aussäen. Dann bekommst du Vase und Gummistiefel. Bitte schön. Edward, du gehst als nächstes hier hin. Wir kassieren. Ah, Mist. Mist, hätte ich mal nicht kassiert. Ach, Manu. Blöd. 1120 Punkte. Alles klar. So, ihr bekommt die Schaufel. Dann einmal das blaue und dann einmal das goldene Zweige. Dann läufst du bitte hin, Emily. Dann einmal das hier. Ach, jetzt weiß ich nicht. Die haben ja noch nicht bestellt, ne? Dann kann ich das ja noch machen. Okay. Alles super. So, dann jetzt wieder die VIPs. Was möchtet ihr? Habt ihr eine komplizierte Erstellung? Nein. Das geht voll klar. 1200 Punkte. Okay, okay. So, die hier mal eben kurz abpflücken. Dann können wir die auch noch mal abpflücken. Dann bist du da jetzt fertig. Aber du bist auch fertig. Alles klar. Dann kassieren wir nämlich jetzt zusammen ab. Sehr schön. So, da kommen schon... Oh, oh. Oh, da kommen schon die nächsten VIPs. Ich schicke schon mal den AdWater hin. Dann bekommst du das und das. Die haben wir noch nicht bestellt, ne? Das bedeutet, wir kassieren erstmal. Räumen hier eben fix auf. Das läuft ja gar nicht so schlecht. Das läuft gar nicht so schlecht. Wenn ich keinen blöden Fehler mache, dann ist es hoffentlich gut hinzubekommen mit der Punktzahl. Müsste eigentlich auch klappen. So, und pflücken wir die hier eben ab. Du bekommst dann das hier und einmal das hier. Müssten die nicht gleich fertig sein, dass wir... Ach nee, komm. Komm, wir lassen es. Können wir vielleicht mit ihr zusammen machen. Da kommen die nächsten. Auch keine VIPs. Zweimal Energy Drink. Bitte schön. So, da oben abräumen, Edward. Hier hin. Davon haben wir sechs. Das ist soweit gut. Können wir hier noch ein bisschen aufstocken? Ich weiß es gar nicht. Ach nee, da ist Maximum auch sechs. Alles klar. So, das ist dann für euch die beiden schönen Vasen. Was auch immer die dann mit den beiden Vasen da am Tisch machen, ne? Pflanzen dann irgendwas ein. Total merkwürdig. So, da kommt noch ein Juppie. Was möchte die Seniorin? Die möchte einmal das Blumenarrangement und den Eiscappuccino. So, dann kannst du auch noch ein Momentchen warten. Oh Leute, wird es doch knapp. Wird es etwa doch knapp? Ich war gerade noch so siegessicher und jetzt... Oh Gott, jetzt kommen ja zwei VIPs. Oh Gott. Da ist ein Tisch frei. Alles klar. So, ihr bekommt einmal das und das. Sollte jetzt... Sollte doch jetzt hier trotzdem gut funktionieren, oder? Dann einmal das und das. Bedeutet, ich muss die hier auf jeden Fall gleich zuerst bedienen. Jo, die haben sich auch zum Glück schneller entschieden. Bitte schön. Also schneller als er hier unten. So, Edward hier hin. Eins, zwei, drei davon. Und einmal das für dich. Ach, super. Und die müssen jetzt alle noch bezahlen, ne? Dann ist es ja kein Ding. So, ihr seid fertig. Kann ich dich denn noch warten lassen? Oh Gott, Schmecksel, ist das schon herz. So, du bekommst dann einmal das hier. Und da kommen schon die nächsten. Super. So, hätten wir das auch geschafft. Ihr müsst jetzt noch bezahlen. Und wir haben es. Juhu. Juhu. Oh, geschafft. So. Letztes Level, würde ich sagen. Oder wollen wir erst das hier nachholen? Ne, komm, wir machen erst das letzte Level. Packe Paige Geschenk von Emily ein. Okay. Mama, Mama, ich bin müde. Darf ich in meinem richtigen Bettchen schlafen? Kürbis, im Haus ist es zu heiß. Außerdem hat Mami eine riesige Überraschung für dich. Bitte, Mama? Nein, Ordnung. Oma bringt dich rein. Mama holt dich dann später und zeigt dir deine Überraschung. Danke, Mami. Hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, kleiner Kürbis. Ach, wie niedlich. Ach, süß. Und vor allem, sie möchte jetzt... Sie möchte jetzt lieber ins Bett gehen, als dass sie die Überraschung sieht. Ist auch sehr ungewöhnlich für ein Kind, das dann sagt, ja, ich möchte lieber ins Bett gehen. Anstatt das hier zu sehen. Aber gut. So, 2700 Punkte. Das hier ist zum Glück schnell gemacht, wie es aussieht. So, Seniorin, was möchtest du? Du möchtest einmal das hier ohne Zweige und dann einmal das hier mit Blau. Bitteschön. So, Karl, ich hab dich gehört. Irgendwo hier. Ich hab dich auch direkt schon gesehen. So, dann machen wir das so. Und dann machen wir das hier eben kurz weiter. Du bist jetzt auch schon fertig, ne? Pass auf, dann kassieren wir eben. Wow, wir haben es schon gepackt. Das ist natürlich super. So, Vase und Energy Drink. Aber es ist das letzte Level von einem Kapitel. Und das bedeutet, es könnte doch richtig schwierig werden. Wie gesagt, 2700 Punkte sind jetzt auch nicht so wenig, ne? Dann haben wir einmal das, das und einmal das Komplettpaket für euch. So, das hier ernten wir mal ab, dass wir da wieder so gut es geht auf die 6 kommen. So, dann haben wir das einmal mit Grün und dann einmal nur mit Blau. Bitteschön. So, das hier wird mal eben wieder angepflanzt. Dann einmal Lavendel und ein Energy Drink für die Senioren. Ach Mist, ich wollte doch, Mist, das muss ich mir echt merken. Ich wollte doch bei den Senioren öfter mal warten. Dass ich bei denen eine Kombo beim Servieren mache. Weil die haben im Endeffekt so viel Geduld. Dass das hoffentlich schon in Ordnung ist. So, eine Orchidee und einmal das hier für dich. So, da kommt auch schon der nächste. Bedeutet, hier können wir dann wunderbar zusammen abkassieren. So, ihr möchtet einmal die Blumenerde. Dann einmal das hier. Und dann schnappen wir uns das. 1, 2, 3 davon. Und 1, 2, 3. Machen wir das so und so. Edward, warst du gerade schon hier? Ich weiß es nicht. So, dann haben wir nochmal die Blumenerde. Und dann haben wir einmal das komplette Paket. Wow, das hat sogar bei der Juppie-Troller hier noch geklappt. Dass sie kein Herz verloren hat. Ist ja fantastisch. So, gehe ich jetzt noch da oben hin? Nee, er entscheidet sich ja gleich bestimmt. Dafür und dafür. Bitte sehr. Die werden noch ein bisschen brauchen da hinten. Von daher mache ich das jetzt gerade nicht mit dem Abwarten. Und dann haben wir hier noch... Ach nee, das sind ja schon 6. Quatsch, was mache ich eigentlich? 1, 2, 3 davon. Dann einmal das. Dann einmal die Gummistiefel. Dann einmal das ohne Schleife. Wow. Jetzt geht es ein bisschen rund, ne? Jetzt geht es ein kleines bisschen rund ohne ein Juppie. Du blöder Juppie. Warst du schon hier? Ich weiß es nicht. Das hier und die Blumenwase für dich. 1440 Punkte. Eieiei. Eieiei. Doch, ein paar mehr Kombos. Aber nicht jetzt. Nicht bei den Mädeln. Weil die verliert doch gleich eh wieder ein Herz. So, die Senioren, die müssten doch jetzt mal fertig sein. Dass wir dann mit ihr was zusammen machen können. Machen wir das so und so. Ja, jetzt kommt schon. Kommt schon. Machen wir das nämlich so. Wow. Wow. Dreier Kombo. Ja. Ja, juhu. Dreier Kombo. So, Edward. Hier hin. Dann kann ich da oben noch ein bisschen was anpflanzen. Was sagen die Punkte? 1856. Okay, okay. So. Direkt mal ernten. Dann haben wir überall wieder 6. Das ist super. Und dann möchtet ihr 1, 2, 3 davon. Dann den Energy Drink. Dann das hier. Also was auf jeden Fall auffällt bei den späteren Leveln. Dass die Bestellungen einfach auch ein bisschen komplizierter werden. Also in dem Sinne, dass die Dinge dann oft schon mal so ein bisschen weiter auseinander liegen. Hier hinten und dann da unten und dann wieder hier oben irgendwie was. Aber gut. So. Einmal das Blumenarrangement ohne Schleife. Dann das hier. Und dann die Blumenerde. Dann einmal das komplette. Nein, das ohne Zweige. Pass auf, das bringe ich dir schon mal. Dann bringe ich euch das hier. Und dann sollte ich aber... Oh nein. Ich habe es zu spät gesehen. 1, 2, 3. Ich habe es zu spät gesehen, dass die Seniorin fertig ist. Aber gut. So. Was sagt die Punktzahl? 2.100 irgendwas mit 60. Ihr bekommt das. Dann das. Und die Orchidee dazu. Bitte schön. Edward, du geh schon mal bitte hier hin. So. Da können wir wieder auffüllen. Dann haben wir 6. Hier oben haben wir dann auch wieder 6. Wunderbar. Und was möchtet ihr? Blumenvase. Und einmal das hier. Dann noch das hier. Und das mit Schleife dazu. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. Das, das, das. So. Dann können wir hier abkassieren. Dann machen wir das so. Und du bekommst das Grüne. Bitte schön. Das ist für dich. Ich hoffe, wir warten noch kurz. Ja. Bis sie kommt. Alles klar. So. Stern Nummer 1 haben wir. Stern Nummer 2 haben wir auch direkt. Wow. Super. So. Dann bekommt ihr das. Das. Und einmal das hier. So. Wie viel haben wir davon? 6 da. Auch 6. Ach, das passt ja super. Du bekommst dann einmal das Komplettpaket. Bitte schön. Dann geben wir dir das direkt nochmal dazu. Und dann haben wir es. Ach, toll. Leute. Schön. Schön, schön. Freut mich. Das ist ganz wunderbar. So. Du bekommst das komplett ohne Schleife. Bitte schön. Können wir auch schon kassieren. Was bekommt das Mädel? Einmal den Eiscappuccino und die kleine Schaufel. So. Die hier müssen noch bezahlen. Haben wir schon geschlossen. Nee, jetzt gleich aber, ne? Jetzt kommt sogar noch jemand. Ach, krass. Ja komm, wir können auch schon kassieren. Was möchtest du? Du möchtest einmal die Sonnenblume und den Eiscappuccino. So. Was haben wir noch? Einmal das Blumenarrangement und die Sonnenblume. Oh, schön. Wir haben es geschafft. Ja, das freut mich. Blattsauspflanze. Paige, kleiner Kürbis, aufstehen. Mama hat eine Überraschung für dich. Paige? Paige? Was ist denn los? Sagt Papa, er soll das Auto vorfahren. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Atmet sie noch? Hol endlich das Auto. Ach du meine Güte. Alles wird gut, kleiner Kürbis. Alles wird wieder gut, mein kleiner Kürbis. Oh nein, die arme Paige. Oh Gott. Oh Gott. Bediene 25 begeisterte Kunden. Ja. Wir holen aber jetzt, wie gesagt, erstmal das hier nach. Bereite keine gleichen Produkte hintereinander zu. Alles klar. Eieiei. Das wird wieder ein bisschen schwierig. Da muss ich mir echt... Muss ich mir echt wieder alles merken. So. Und es geht ja um alle Produkte im Endeffekt. Ne? So. Du bekommst Lavendel und dann einmal das hier ohne Schleife. Was sagen denn die Punkte? 2.100. Okay. Okay, okay. Ich werde versuchen, mich so gut es geht zu konzentrieren. Wir machen das mal... Ach, das war schon falsch. Ne? Wir machen das mal so. Energy Drink. Energy. Habe ich eine Maus gehört? Die hätte ich ja gerne. Ja. Energy Drink. Eistee. Ähm. Wie mache ich das jetzt? Was? Ach ja! Ach ja, die Blumenerde. Natürlich! Ich glaube, genau das war auch beim letzten Mal mein Fehler, ne? War das nicht so, dass ich irgendwie was doppelt genommen habe, weil die Leute doppelt bestellt haben? Dass ich in dem Moment nicht dran gedacht habe. Ich glaube, so war es, ne? Ich meine nicht, mich erinnern zu können und ich sollte vielleicht mal mein Handy eben mal ausmachen. Das ist nämlich ein bisschen ätzend. So, dann ist das für dich. Bitteschön. Wir kassieren auch direkt. So. Und wie gesagt, immer als letztes die einfachen Dinge nehmen. Das sollte dann hoffentlich klappen. So. Cappuccino. Sonnenblume. Eistee. Leute, das ist schwer. Stopp. Ich habe Karl gehört. Oh Gott, ähm, kassier mal eben. Ähm, eins, zwei, drei. Alles klar. Ach Quatsch, was mache ich hier? Cappuccino. Muss ein bisschen, ein bisschen wieder reinkommen gerade. Cappuccino. Blumenerde. Schaufel. Es tut mir leid, dass ich gerade zu wenig sage, aber ich glaube, so kann ich das am besten. Also Schaufel. Gummistiefel. Cappuccino. Ich kann nichts sagen. Cappuccino. Die Bestellungen sind zum Glück relativ einfach. Cappuccino. Leute, ich bin aus dem Spiel geflogen. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Und das ist... Oh, ich komme noch nie wieder rein ins Spiel. Ja, Delicious 12 funktioniert nicht mehr. Ja. Mann. Mann, ist das ärgerlich. Ich mache sofort das Spiel wieder an. Oh, das ist so ein Nachteil bei den Emily-Spielen. Wenn man rausfliegt, dann kommst du nicht wieder automatisch rein. Also du kannst dich wieder rein tappen. Oh, das ist so nervig. Hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Und jetzt startet das Spiel hier gerade im Fenstermodus. Das passiert dann leider immer... Ach, blöd. So, zack, Vollbildmodus. Und zack, Aufnahme. So, Manu. Mann. Ärgerlich. Wo haben wir es jetzt? Ich war doch schon relativ weit, ne? Ja, doch schon relativ weit. Ai, ai, ai. So, spielen. Jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nicht aus der Ruhe bringen lassen davon. Gummistiefel. Komm schon. Blumerde. Blumerde. Blumerde, Blumerde. Energydrink. Edward muss gleich nach oben. So. Scheiße. Eistee. Gummistiefel. Gummistiefel. Schaufel. Edward, hierhin. Das leermachen. Eistee. 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 Eistee, Eistee, Eistee. Ähm. Eistee. Abkassieren. So. Eistee, ne? Ai, ai, ai. Ähm. Okay, das bedeutet... Ah, ne. Das ist ja... Okay. Energydrink. Schaufel. Schaufel. Ich hätte ihn warten lassen sollen. Eistee. Ach, Energydrink. Ich darf mich auch nicht vertun. Ah, shit. Mit den Begriffen, ne? Energydrink, Energydrink. Oh, seid ihr gemein. Energydrink, das... Zack. Energydrink. Bringt's bitte vorbei, Emily. Energydrink. Ähm. Blumenerde. Blumenerde. Shit. Blumenerde. Wir müssen ja nur den ersten Stern kriegen. Alles andere ist egal. Blumenerde. Abkassieren. Abräumen. So, dann das hier wieder zuerst. Gummistiefel. Eistee. Eistee. Wir haben's aber gleich. Eistee. Eistee. Ich bin jetzt gerade so bescheuert, aber ich kann... Ich kann nicht normal nebenbei kommentieren. Das geht nicht. Eistee. Blumenerde. Blumenerde. Energydrink. So. Edward, hier. Es ist so nett, dass die nicht noch hier so viele andere Sachen wollen, ne? Energydrink. Äh, Moment. Gummistiefel. 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 Ähm. Sonnenblume. Schaufel. Was macht der Junge da? Ich weiß es nicht. Ähm. Eistee. Wow. Wow, wir schaffen sogar die drei Sterne. Nur keinen Fehler mehr machen. Eistee. Ach, doch nicht das Blumen... Egal. Ich weiß nicht, was ich als letztes hatte. Die Orchidee hatte ich ganz bestimmt nicht. Also nehme ich sie. So. Oh, schwierig. Schwierig, aber geschafft. Ich freue mich. Ja, schön. Gut. Mit ein bisschen Chaos zwischendurch, weil ich gerade rausgeflogen bin. Aber hey. Gut. Ich würde sagen, das war es für diese Folge. Und das war es auch für dieses Kapitel. Ich bin gespannt, wie es jetzt mit Paige weitergeht. Und vor allem, wie es mit Patrick hier im hohen Norden weitergeht. Ja. Das tibetianische Kloster, das zufällig direkt in der Nähe von Alaska ist. Habe ich letztens auch mal irgendwann in den Kommentaren gelesen. Das hat jemand geschrieben. Fand ich sehr witzig. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.